Es hat nie Gespräche oder eine konkrete Anfrage gegeben, um die Position von Oliver Kahn oder eine ähnlich gestaltete zu übernehmen. Dass man als Verantwortungsträger in der DFL, ob jetzt als Präsidiumsmitglied oder als Interimsgeschäftsführer mit vielen Menschen beim FC Bayern, dem Branchenprimus und dem Flaggschiff der Bundesliga Gespräche führt, gerade auch um das Verständnis für den Investorenprozess und Meinung und Feedbacks dazu einzuholen, ist klar. Aber daraus hat sich zu keinem Zeitpunkt irgendein konkretes Angebot, eine Anfrage oder auch nur ein Gespräch über eine solche Rolle ergeben. Ich muss keinem hier von euch oder überhaupt, glaube ich, bei Eintracht Frankfurt meine emotionale Verortung bei diesem Club erklären. Die hat nie und wird nie zur Diskussion stehen, egal was ich irgendwann mal mache. Ich muss dafür auch heute hier nicht das Wappen küssen, damit irgendeiner diese emotionale Seite bei mir versteht oder nachvollziehen kann. Ich gehe davon aus, dass wir ins Finale einziehen und dann weiß ich eins, wird die Organisation wieder bis ans Äußerste gefordert, weil es in kürzester Zeit bedeutet, dass wir all die wunderbaren Bilder, die ich auch nur den Spielern empfehlen kann, in ihren Kopf zu rufen, mit einem goldenen Pokal durch 200.000 Menschen zu fahren und einen tollen Korso zum Römer zu erleben. Also wer da nicht angeknipst ist, dem kann ich auch nicht helfen. Da bin ich aber auch ganz sicher, dass das ein prägendes Bild ist, mit dem wir uns dann vielleicht auch heute noch mal vom Schlafen gehen beschäftigen sollten. Allesamt, das gilt auch für Fans und uns Offiziellen.